epic hangtime heute hier in Dortmund im Fandomio es regnet ein bisschen aber es ist voll geil wir haben jetzt eine woche länger aufgemacht wir sind am offiziell vorletzten tag jetzt da und wir sind schon gefahren und es ist ziemlich geil vielleicht machen wir genau jetzt das onride rein auf was haben sie heute am meisten lust auch so vieles also auf jeden fall will ich die driften ja gleich fahren honger schaufel hildemaus xxl noch mal eine Bratwurst essen eine Bratwurst und einen Kaffee trinken und einen Cola trinken und die Hände desinfizieren sehr schön wir sind gerade Schocker gefahren schöne waren richtig geile geister waren ich bin der monster baby schöne zimmer und richtig schöne monster vor allen dingen schön welches zimmer hat dir am besten gefallen soll ich spoilern oder wollen wir das onride zeigen ja ein zimmer kannst du sagen wir können ein Teil vom onride zeigen ah exorcist wir sind jetzt schon eine halbe runde gegangen hinten ist der hangover der fifa tower mit dem fahren wir gleich wir gehen jetzt erstmal eine toilette suchen davon gibt es kein onride ich mache einen onride nein und wir gehen raus der unterstützt und sagen äh wie heißt der kanal äh onlyfans da gibt es die onride zu bei Patriot seht ihr die äh sachen die nicht auf youtube kommen dürfen ja äh willkommen bei epic wet time es wurde sehr feucht wieder ich zeig mir deinen dreizack belliger du bei bei So Freunde, wir sind gerade Hangover gefahren. Wir brennen auch ein cooles On-Ride ein. Wir haben extra so gefilmt, dass man ein bisschen nach unten guckt dabei. Erste Mal für mich. Ich liebe Freefall Tower und das Ding ist super geil. Man hat oben, keine Ahnung, zwei Minuten Aussichtszeit, richtig geil. Wie hoch ist das Ding? 80 Meter oder so. 80 Meter, auf jeden Fall nice. Nice. Grüße gehen raus an Winnie Coasters. Was fahren wir als Nexus? Hulu Jumper? Hulu Jumper. Hulu Jumper. Hulu Jumper. Hulu Jumper. Erste Mal. Hulu Jumper. Hulu Jumper. Hulu Jumper. Das ist alles kein Problem, komm mal mit Peter, ich zeig dir, man den Estrich verlegen muss. Da sind die Absobis drin, komm mal mit, hier sind die Rufe und hier ist das Rutsche später. Boah, hier bleib ich stehen. Das ist der Heinz mit der Hilti. So Peter, erzähl nix in der Berufshule davon, wir müssen hier durch. So, wir müssen hier lang, komm mal mit. Ganz wichtig, nach der Pause Haare kämpfen. Kann man hier lang? Ja oder? Dann rutschen wir jetzt, Peter. Peter, nimm mal die Kamera. Ich glaube da ist einer zu fett für die Rutsche. Ich guck dir eine Mettrutsche. Aber wir müssen hier lang, Peter. Jetzt nimm mal die Kamera, Peter. Okay. Hier, 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 hier. Alles klar, Peter. Fahrt Reiko Besto. Das war falsch, wir müssen zurück. Okay. Holen Sie mir? Okay, alles klar. Nicht bummeln. Ah, shit. Geh sie vor. Ja, so blicken. Ja, ja, shit. Das riechst du dich noch mal. Ja, übrigens riechst du dich noch. Okay, hier rum. So, hier könnte es ein bisschen nass werden. Die Installateur an Scheißen gebaut. Ist das Abfluss? Ist das Abfluss? Guter, ich kann mir die Rotanotten. Ja. Epic Hang Time. Von Nomeo Dortmund. War ein schöner Tag. Richtig schöne Attraktion. Das für einen Festpreis. Es ist das letzte Wochenende. Schade, dass es vorbei ist. Schade, dass wir es so spät gemacht haben. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe riesen Spaß. Ja? Ja, würdest du sagen, der Preis von 30 Euro lohnt sich für die Mengen an Attraktion? Ja, also wenn ich überlege, was wir jetzt schon gefahren sind, haben wir die 30 oder 34? 34. 34 Euro haben wir raus. Auf jeden Fall. Ja, hier sind auf jeden Fall mehrere größere Fahrgeschäfte, die so in der 5-10 Euro-Preispanne liegen. Und wenn man die alle mitnimmt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und, obwohl ich Corona nicht mehr hören kann, wir haben ganz viele Desinfektionsspender. Am Eingang und am Ausgang aus Edelstahl. Super. Richtig gut. Schade, dass wir jetzt so spät nach hier gekommen sind. Ja. Sonst werden wir auf jeden Fall ein zweites Mal fahren. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es noch ein zweites Mal machen. Wenn das nochmal, weiß ich nicht, in Zukunft sein sollte, direkt früher fahren. Ja. Deswegen noch ein bisschen schön schwenken. Aber vielleicht steckt das Konzept ja frisch und wir werden sowas häufiger erleben. Ich sage ja Lunaparks. Lunaparks sollten auf jeden Fall... Wo sagst du das? Spanien, ne? Italien. Italien hätte ich das mal. Diese Lunaparks. Sie haben teilweise drei, vier Monate auf. Immer abends ist es so ähnlich wie hier. Ja. Das heißt, die Schausteller wandern nicht so lange übers Jahr, sondern dann sind die hier lange Zeit auf einem Fleck. Ist ja auch ein bisschen besser, glaube ich, also ich bin jetzt kein Schausteller, aber ein bisschen besser ist es bestimmt schon, wenn du weißt, dass du ein paar Wochen wirklich am Stück irgendwo bleibst, wenn du die ganze Zeit rumreißt. Ich meine, das ist zwar auf das Geschäft der Schausteller, aber ich finde es gut. Was hier auch sehr gut war, wir haben hinten zum Beispiel, man sieht das gleich, da hinten in der Ecke, ich filme gleich mal darüber, so eine Art Fun-House. Das sind so Sachen, die würde ich niemals machen auf der Kirmes, weil die für den Preis, denke ich immer, du läufst nur durch und bezahlst dann 5 Euro. Aber jetzt haben wir mal so Teile gesehen und wissen, dass die cool sind und vielleicht beim nächsten Mal bei der Kirmes machen wir das dann doch. Das heißt, es hat doch einen guten Werbezweck, so ein Pop-Up-Freizeitpark, wo man halt einmal Eintritt bezahlt, man kann alles quasi mehr oder weniger gratis fahren. Okay. Was würdest du noch zum Abschluss sagen? Außer abonniert unseren Kanal, lauscht unseren sympathischen Stimmen und hinterlasst doch einen Kommentar. Ich würde sonst sagen, Fandomio kommt nachher, geht leider nicht mehr morgen. Doch, morgen. Ja, aber wir laden das Video wahrscheinlich morgen hoch. Das Vlog ist online, wenn der Fandomio vorbei ist. Ihr habt eine Zeitmaschine. Ja, dann sagt doch hallo. Achso, deswegen hat dieses Mädchen von uns gegrüßt. Die kam aus der Zukunft. Ja. Nein, auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir verändern jetzt noch ein paar Sachen so. Ohne Vloggen und ohne On-Rides. Bis bald an, bis die uns rauskommt. Wir machen noch ein bisschen Halligalli hier. Ein bisschen Halligalli. Und ich habe noch drei Tage, die muss ich ausgeben, wo ich schon mehr holländische Bombs. Ciao. Spezial. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.